So, hier ist Christina Suhrer, Weltmeisterin im Witzverzählen. Und hier habe ich einen für euch. Der Direktor hat einen neuen Chauffeur und fragt, wie ist Ihr Name? Dann sagt er, Kurt. Dann sagt er, ja, ich mache meine Angestellten in der Regel nicht. Wie ist Ihr Nachnamen? Liebling. Also fahr los, Kurt.